Leute, ich bin in meinem Bett und ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von euch. Weil ihr halt keine Likes dalässt. Und so viele Aufrufe tut ihr auch nicht da. Ich will euch jetzt nicht beleidigen, ihr seid meine Crew. Aber es wäre sehr nett von euch, wenn ihr mal ein Like dalässt. Ich komme mir vor, als werde ich der Schlimmste. Wisst ihr was? Wenn ihr jetzt ein... Also, ich weiß jetzt, wenn ihr ein Like dalässt, dass ihr wollt, dass ich bleibe. Und wenn ihr kein Like dalässt, dann werde ich keine Videos mehr drehen. Also, lasst ein Like da, drehe ich Videos. Lasst kein Like da, drehe ich keine Videos. Komm, Leute, schaffen wir die... Schaffen wir heute noch... Sagen wir... 30 Likes? Kommt bitte. Ihr seid meine Community. Lasst jetzt alle ein Like da, bitte. Das wäre sehr nett von euch. Ja, ich will jetzt auch nicht so rumspießern. Ja. Heute lasst bitte einfach ein Like da. Danke und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Bis dann.